Hey Leute Schläger, wie sieht's aus mit dem Köder vor's Angeln? Zu nass, zu nass. Zu nass, zu nass. Jetzt haben wir uns extra hier schon ein Boot geklaut. Ja, das war mit Paddeln, die funktionieren. Haben wir uns solche hübschen, rote Westen organisiert. Jetzt geht's bloß noch da rüber. Man sagt immer den Boi hinten her, ich hab noch gar keine einzige... Ich hab noch eine Boi gesehen. Sieht ein bisschen neblig aus. Wird schon. ...